Sitz! Komm her! Der Nächste ist Hause! Stehle, komm her! Du bist wieder zurück! Du bist wieder zurück! Sitz! Sitz! Topfer hier! Topfer hier! Stehle, sitz! Angie, sitz! Oh, das zieht sich weg! Die nachfolgenden Sendungen! Nächste ist Hause! Nächste ist Hause! Mach halt ein Video, das ist später lustiger, glaube ich! So! Ja, und das Video soll ich an die Wand hängen! Aber jetzt! So, Markus, Christian, Ende raus! Du musst hier besser auf 1, 2, 3, los jetzt! Ella guckt in die falsche Richtung! Jetzt haben sie keine Lust! Lass ihn raus, lass ihn raus! Angie ist also ganz toll gemacht! Schau mal, wo der Ende ist! Ende ist das super! Vorsicht, großes Loch, bitte! Ja, und ich glaube, da geht's da hin! Ach so! Nein, der möchte nicht tief fahren, der fallen da hin! Wo geht's denn? Nein, die fallen schon rein, aber... Die fallen nicht tief! Kommen wir dann bloß im Keller unten raus! Der Hund! Die Hünde! 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 In der Goma haben sie heute alle gewusst, dass die Emily heute heimkommt! Und in dem Audiwerk haben sie alle gewusst, dass die... Ach, die... die... Emily heute heimkommt! Ich weiß... Ich bin gestern angerufen von jemandem und gesagt, wie geht's denn der Hund? Und überhaupt der Emily? Die... 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 Naja... Die Ding hat angerufen, die... Äh... Na... Opa Eichnerheim! Die Nicole! Die Nicole! Ja, der hat uns erzählt! Die Emily! Ja, der... Der Marken so... Naja... Naja... Ja, ja... Ja, der hab ich's erzählt! Ich glaub... Du hast's jedem erzählt! Ja, der hab ich's auch erzählt! Emily? Ich möchte dabei mal Mäusel spielen bei euch! Was wir heute alles machen? Ja! Ich glaube, wir werden ähm... Schnell zurückstecken müssen, dass das alles ähm... Wird so! Ähm... Wird... Die gräten auf jeden Fall gerade einen Lochbuddel auf den Der! Der ist gut! Da kommt der erste voreheliche Griechhaut! Ja! Wo ist denn die Ehe? Angie? Angie? Das letzte Video, wo wir gedreht haben von einem Hund, ne? War von unserem ersten Hund, wo wir den Schwebarmentier haben geholt haben! Du musst natürlich ständig durch die Kamera läufschreifen! Haha! Ja! So rein, auch Spaß an der Freude! Kleine Mäuschen! Kann man mich auch nicht sehen? Und dich? Lieber nicht! Jetzt muss er erst einmal Achtung durch! Ja! Du bist ein Freund! Hm? Du bist ein Freund! Ja! Du bist ein Freund! Du bist ein Freund! Du bist ein Freund! Niemals! Du bist ein Freund! Du bist ein Freund auf! Vielen Dank.